98% des Kaffees ist Wasser. Erst durch Wasser können wir überhaupt Substanzen aus dieser Kaffeebohne herauslösen. Und damit ich dann diese hervorragenden Aromen des Kaffees schmecken kann, ist die Qualität extrem wichtig. Wenn ich ein sehr hartes Wasser habe, dann neutralisiert es mir diese feinen, fruchtigen Säuren im Kaffee. Habe ich dagegen ein sehr weiches Wasser? Dann dominieren die Säuren und der Kaffee wird schnell sauer. Kaffee kann nach Blaubeer schmecken, Kaffee kann Erdbeeraromen haben, Kaffee kann nussig schmecken, schokoladig schmecken. Und all diese Aromen müssen getragen werden. Also was mich an diesem BWT-Tischwasserfilter so begeistert, ist, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Filterherstellern nicht nur Kalk rausnimmt oder geschmacksstörende Stoffe wie zum Beispiel Chlor, sondern sie geben dem Wasser auch was zu, und zwar Magnesium, was mich als Barista dann wieder unterstützt, den Charakter des Kaffees herauszuholen. Als ich gehört habe, das ist auch möglich, dass man das zu Hause haben kann, habe ich mir ehrlicherweise gleich für zu Hause bestellt.